Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kennen ihn als Kabarettisten, Satiriker, Musiker und Schriftsteller. Seit über 50 Jahren steht er auf der Bühne, heute ist er bei uns in der Sternstunde Religion. Und ich möchte herausfinden, wie aus dem einstigen Politaktivisten der so präzise Beobachter unserer Zeit wurde. Herzlich willkommen, Franz Hohler. Danke. Franz Hohler, Sie haben alleine in den letzten 15 Jahren praktisch jedes Jahr ein Buch herausgebracht. Sie schreiben Theaterstücke, gerade jetzt wird wieder ein neues Theaterstück für Kinder uraufgeführt. Sie sind mehrmals pro Monat noch mit Lesungen unterwegs, Sie sind 76. Eigentlich könnten Sie es etwas ruhiger nehmen. Sind Sie ein Workaholic? Ja, ich bin erstaunlich fleissig und frage mich auch immer, warum. Aber solange es mir Spass macht, weiterzuarbeiten und solange ich Ideen habe, gehe ich gern wieder zum Nächsten und denke, das würde ich noch gern machen. Und das vielleicht auch. Und dann packe ich das an und denke, wenn ich mal keine Ideen mehr habe, dann höre ich auf. Sie sind in vielen Rollen unterwegs gewesen und immer noch. Wir haben es gehört, Sie waren Kabarettist. Sie sind Musiker, Sie sind Satiriker. Wir schauen uns jetzt einen Zusammenschnitt aus Ihrem Gesamtwerk an. Dr. Knurzell. Schicht hat die Wurzell. Sie sind alle so nett. Wirklich, da sagt man immer, wir können nur auf dem Land persönlich kleben. Sie sind alle so nett. Das sagen nur diejenigen, die in der Stadt keine Wohnung gefunden haben. Sie sind alle so nett. Das ist ein Führerbäsel. Sie haben ihn auch nur zugemutzt. Sie wollten ganz Hingerbäckchen abschöberlen. Aber kaum haben sie den Anfang eingeträcht, grözent ein toten Mögerli. Hör dir zwei! Wenn ich mal alt bin, 60 und mehr. Ich hoffe, es geht noch lang. Machst mir denn von Zeit zu Zeit einen Münzen-Tee. Kommst am Sonntag mit mir an sich. Ich habe ganz vergessen zu sagen, ich bin Franz und das ist René, der sagt nichts. Ich sage nichts. Hast du jetzt trotzdem etwas gesagt? Herr Oberste Visionär, ich werde nicht Soldat. Vollbringe Heldentat in unserem Militär. Soll nicht persönlich sein, doch habe ich mich entschlossen. Es wird weder gezielt noch geschossen. Ich rücke gar nicht ein. Ich zähle weder das Tränengas noch die eingeschlagenen Schaufenster- Scheiben zu meinen Mitteln. Das freut mich ja so. Es war einmal ein Dachs. Der aß am liebsten Lachs. Ich selber habe mich anders besonnen. Ich bin sicher, der Weltuntergang, meine Damen und Herren, hat schon begonnen. Ja, Franz Hohler, der Weltuntergang hat schon begonnen. Da traten Sie 2018 in der Arena auf. Sind Sie so pessimistisch? Ja, wenn man so etwas sagt, dann hofft man natürlich, dass er nicht begonnen hat. Oder dann hofft man natürlich, dass dadurch, dass man das so ausspricht, auch Energien frei werden, um diesen Weltuntergang aufzuhalten. Die Klimathematik beschäftigt Sie schon viele Jahre. Und in diesen Tagen wurde Greta Thunberg vom Time-Magazin zur Person oder Persönlichkeit des Jahres erkoren. Wie sehen Sie das? Das freut mich sehr, ja. Ich möchte noch etwas sagen. Also zum Beispiel diese Geschichte vom Weltuntergang, wo jetzt der Schluss zu hören war. Die habe ich 1973 geschrieben, weil dort schon alle möglichen Szenarien eines Klimawandels beschrieben wurden. Im ersten Bericht des Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Also das ist eine Geschichte, die mich eigentlich fast ein Leben lang begleitet hat. Und die jungen Leute sind heute immer auch sehr erstaunt, wenn ich sage, wie alt dieser Text ist. Und zu Greta Thunberg finde ich, ich bin beeindruckt von dieser jungen Frau. Dass die es geschafft hat, die Leute zu mobilisieren und die Leute zu sensibilisieren in einem Mass, wie das Organisationen wie dem WWF, den es schon lange gibt, wie Greenpeace oder wie Al Gore, der ganze Millionen zur Verfügung hatte für seine Kampagnen, wie es denen nicht gelungen ist, dass plötzlich jemand dastand, dem es gelang, eine Stimme zu werten und eine Stimme zu erheben. Und zwar vor den Entscheidungsträgern dieser Welt und denen die Leviten zu lesen. Finde ich grossartig. Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass es über 40 Jahre jetzt gebraucht hat, bis das Bewusstsein, dass wir vielleicht nicht auf dem richtigen Weg sind, dass das jetzt so allmählich in breite Kreise der Bevölkerung vordringt? Also, es hat mit zwei Dingen zu tun. Erstens damit, dass man, solange sich das noch nicht, ein Problem sich nicht sichtbar und spürbar verschärft hat, man immer noch denken kann, ja, das kommt dann vielleicht einmal in irgendeiner Form und dann schauen wir dann weiter. Und nun ist in den letzten Jahren, ist das einfach immer klarer geworden, dass das nicht irgendeinmal kommt, sondern dass das jetzt kommt. Und das andere ist mehr, würde ich sagen, ist fast eine irrationale Erklärung. Aber der Viktor Hugo hat mal gesagt, nichts ist so überzeugend wie eine Idee, wenn die Zeit für sie gekommen ist. Sind Sie selbst auch Teilnehmer gewesen an diesen Klimademonstrationen? Ich bin einmal mitgelaufen, ja. Aber ich bin nicht aufgetreten. Sehen Sie sich denn heute so als Klimaaktivist oder als Politaktivist immer noch, so wie man sie kennt aus den 70er Jahren? Ich habe mich eigentlich nie als Aktivisten gesehen, aber ich bin dann auch in diese Rolle gegangen in Momenten, wo ich dachte, jetzt sollte man sich zeigen, nicht. Umgekehrt ist auch immer die Frage, wie man wahrgenommen wird. Man sagt, engagieren Sie sich denn immer noch. Ich bin zwei Tage vor der Bundesratswahl, haben wir einige Kulturleute eine Pressekonferenz einberufen, um die Dringlichkeit darzulegen, dass wir eine grüne Bundesrätin brauchen. Es kamen zwei Medienvertreter, zwei. Das heisst, kein Interesse. Kein Interesse von den Medien das wahrzunehmen, die Stimme von Kulturschaffenden wahrzunehmen, die mit einem Anliegen kommen. Das ist eben dann die andere Seite davon, dass es auch darauf ankommt, dass man wirklich gehört wird mit dem, was man sagen möchte. Ist es denn aus Ihrer Sicht so wichtig, dass sich hier die Kultur so dezidiert einbringt? Ich meine, ein grosser Teil Ihrer Texte aus den letzten Jahren sind vor allem diese Alltagsbeobachtungen, die nicht immer und unbedingt eine politische Relevanz haben. Ja, hoffentlich nicht. Ich bin ja nicht ein Autor, der in jedem Text eine politische Botschaft darüber bringen will, sondern eben ich beschreibe gern den Alltag, aber ich erfinde auch gerne Geschichten. Und wenn im Alltag etwas passiert, das mit der politischen Stimmung zu tun hat, dann fliesst das ein in den Text. Aber ich schreibe ja auch poetische Texte, die mit dem politischen Alltag überhaupt nichts zu tun haben. Sie haben ja auch als Schriftsteller die ganze Digitalisierung mitgemacht. Sie haben quasi auch Liebesgedichte an Ihrer Schreibmaschine formuliert oder ich habe sie zumindest als solche interpretiert. Und dann habe ich mir vorgestellt, ja, diesen klassischen Schriftsteller stellt man sich so laut tippend auf der Schreibmaschine vor. Das ist natürlich längst Vergangenheit. Wie haben Sie eigentlich diesen enormen Schub an Technologie erlebt und wie hat sich das auf Ihr Schreiben ausgewirkt? Also ich habe tatsächlich so begonnen, wie Sie jetzt geschildert haben, nämlich auf einer mechanischen Schreibmaschine, die ich von meinem Vater geschenkt bekam, der sie seinerseits von seinem Schwiegervater geschenkt bekam, Militärmodell aus den 30er Jahren. Darauf habe ich sehr viele meiner Texte geschrieben, bis hin zum Roman Der neue Berg 1988. Und dann bin ich zuerst auf eine elektrische Schreibmaschine übergegangen und dann später auf einen Laptop. Die Versuchung, wenn man auf einem digitalen Gerät schreibt, ist die, man korrigiert sehr leicht. Und das ist natürlich, das ist angenehm nicht, aber die Versuchung ist eher, dass man zu leicht korrigiert und sich nicht… Das sieht immer so gut aus, wenn es dann ausgedruckt ist, diese Texte sehen perfekt aus. Und ich versuche, die Schritte ähnlich langsam zu halten, wie zur Zeit, als ich noch mechanisch schrieb, nämlich einen Text zu schreiben, auszudrucken, hinzulegen, anzuschauen. Da korrigiere ich was, das ist nicht so gut, da gibt es noch was Besseres und so weiter. Bis ich jedes Wort persönlich kenne. Aber ich denke, grundsätzlich hat das die Einführung der digitalen Schreibweise oder der Schreibweise auf dem Computer in eine Datei nichts geändert an der Qualität der Literatur. Lassen Sie uns zum Thema der Religion kommen, des Glaubens. Sie sind in der Minderheit der christkatholischen Konfession aufgewachsen, in Olten oder in der Region Solothurn. Was hiess das damals für Sie in der Minderheit der christkatholischen Konfession? Ja, das war zum Beispiel das kleine Privileg, dass wir in die sogenannte Christenlehre zu zweit gingen und nicht im selben Schulhaus, sondern auf der anderen Aare-Seite uns in einem anderen Schulhaus einfinden mussten. Und das habe ich eher als Privileg empfunden oder als etwas Besonderes. Aber es war eine Selbstverständlichkeit damals, dass man zur Kirche ging und dass man die erste Kommunion empfing und später dann auch gefirmt wurde. Ich war sogar Messdiener und habe dort zum Beispiel die interessante Erfahrung gemacht, die man als normaler Kirchenbesucher nicht macht, nämlich habe ich hinter den Altar gesehen. Und vorne ist ja der Altar mit wunderbaren Brokatdecken und mit Silber und Gold geschmückt und das Tabernakel mit dem Ziporium. Und hinten, das war eine kahle Wand und dort stand ein Putzeimer mit einer Fegbürste. Und dieses Bild hat mich sehr beeindruckt als Junge. Es war wie ein Symbol dafür, dass hinter jedem Glanz, auch hinter einem religiösen Glanz, hinter jeder Fassade immer auch eine Rückwand besteht und dass es sich lohnt, einen Blick hinter den Altar zu werfen. Man könnte aber auch sagen, das Profane und das Heilige sind einander nah. Das ist die positive Variante davon, da würde ich Ihnen durchaus zustimmen. Ich finde auch, dass man einen Kirchenraum auch putzen und fegen soll. Sind Sie freiwillig in den Messdienerdienst eingetreten oder war das ein Wunsch Ihrer Eltern? Ja, das könnte ich so genau gar nicht mehr sagen. Man wird dann einfach irgendwann mal gefragt vom Pfarrer, ob man nicht Messdiener werden wolle. Und ich fand das dann auch etwas Besonderes auch, dass man klingeln durfte bei der Wandlung und dass man teilnehmen durfte an diesem Ritual vorne. Was haben Sie denn als Glaubensinhalt aus dieser Zeit mitgenommen, jetzt jenseits von den Ritualen und den Äusserlichkeiten der Kirche? Ja gut, ich habe damals mir redlich Mühe gegeben, das zu glauben, was verkündet wurde und habe das aber nach und nach abgelegt. Was denn genau alles? Also den gesamten Glaubensinhalt? Eigentlich ja, also den grossen religiösen Überbau, also Jesus als Gottessohn, der zur Vergebung unserer Sünden sich umbringen lässt und uns zum ewigen Leben führt und zur Auferstehung von den Toten. Das sind lauter Inhalte, an die ich heute nicht mehr glaube. Aber glauben Sie an Gott? Ja, das ist eine Frage, die immer wieder neu gestellt wird. Sie haben immerhin ein Gebet in diesem Gedichtspand. Durchaus, ja. Und auch Psalme, die Sie aufgenommen haben und weiterentwickelt haben sprachlich. Es ist so, ich denke, man kann ohne Religion nicht leben und man kann ohne einen Glauben an grössere Mächte nicht leben. Aber ich wage nicht, sie zu kennen. Ich kenne sie nicht. Deshalb ja der Glauben. Das war ja, credo quia absurdum, hat schon mal einer gesagt. Ich glaube, weil es absurd ist, ein Kirchenvater. Ich dachte, ich habe einen schönen Satz des Physikers Heisenberg, der gesagt hat, Wer einen Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaften trinkt, ist für den Glauben verloren. Aber am Grunde des Bechers wartet Gott. Und dem würde ich sogar zustimmen. Ich weiss bloß nicht genau, wer er ist, dieser Gott, der da wartet. Was mir auffällt, wenn ich viele Ihrer Gedichte lese, das Thema des Todes, der Vergänglichkeit, des Sterbens, beschäftigt Sie seit langem? Ja, beschäftigt mich schon seit meiner Jugend. Woher kommt das? Also ich war einmal als Kind sehr schwer krank und musste ins Kinderspital Zürich gebracht werden von Olten, was mir zeigte, dass es eine ernste Sache ist. Und obwohl ich das dann erst etwas später realisiert habe, dass das sehr knapp am Tod vorbeiging, blieb das dann einfach auch ein Thema für mich. Ich habe schon als junger Mensch auch geschrieben über den Tod. Sie gehen sehr, ich will nicht sagen salopp, aber doch auf eine sehr natürliche Art mit dem Tod um in Ihren Gedichten. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendetwas tabuisiert wird. Ein Gedicht hat mich besonders beeindruckt in aller Kürze, das iPhone-Gedicht. iPhone. Ja, das kann ich Ihnen vortragen. iPhone. Wenn er plötzlich erscheint auf dem kleinen Bildschirm in deiner linken Hand und dich anschaut, der Tod, wisch ihn weg mit dem Finger und wähle das App Leben. Frau Hohler, Sie sind Schweizer Kulturgut, sagt man so. Sie sind aber gleichzeitig auch weit über den deutschsprachigen Raum bekannt geworden. Sie haben viele Ihrer Bücher in fremde Sprachen übersetzen lassen, sind an vielen Buchfestivals im Ausland aufgetreten, praktisch auf allen Kontinenten. Da repräsentieren Sie ja nicht nur sich selbst, da sind Sie immer auch als der Schweizer. Was sind da Ihre Erfahrungen, wie man von aussen auf die Schweiz und das Kulturschaffen in der Schweiz blickt? Ja, das ist ein Phänomen. Wenn man auftritt als Schweizer im Ausland, merkt man immer wieder in verschiedenen Stärkegraden, dass man auch ein Botschafter des Landes war oder ist. Also zum Beispiel als ich in Teheran war an der Buchmesse, da gab es eine Lesung, da wurde zuerst eingespielt die iranische Nationalhymne, da standen alle auf und da hat man sich wieder hingesetzt. Und nachher erklang aber plötzlich die schweizerische Nationalhymne, da sind alle auch wieder aufgestanden, da bist du natürlich auch aufgestanden und habe mich nachher wieder hingesetzt und gedacht, du bist Botschafter deines Landes, ob du das willst oder nicht. Und ich bin eigentlich häufig auf ein sehr positives Bild der Schweiz im Ausland gestossen. Also wenn Sie danach fragen, wie die Schweiz wahrgenommen wird oder auch wie das Kulturschaffen der Schweiz wahrgenommen wird, und da gibt es von frisch und dürrnmatt weg bis heute zu Leuten wie Peter Stamm vielleicht oder auch Lukas Bärfuß oder Ruth Schweiker oder Evelyn Hasler, da gibt es sehr viele kenntnisreiche Rückmeldungen und eigentlich auch an Erkennung, dass ein kulturelles Biotop Schweiz existiert. Wir haben hier zwei Bücher mitgebracht, die Sie übersetzen haben lassen. Also ich habe es nicht übersetzen lassen, sondern da kommt irgendwann mal eine Anfrage, sei es eines Verlags oder eines Übersetzer, einer Übersetzerin, ob das Buch übersetzt werden darf. Also dieses hier wurde auf Arabisch übersetzt, der Urwald-Schreibtisch, ein Kinderbuch. Und ein anderes, das Sie mitgebracht haben, wurde auf Russisch übersetzt. Ja, das ist jetzt gerade rausgekommen, die Nacht des Kometen, Notchkometi. Und das ist eigentlich eine Weihnachtsgeschichte, das ist eine Zeitreise zweier Kinder, die aus den Bergen plötzlich durch einen Zeitspalt nach Bethlehem geschleudert werden und dort an der Geburt des Jesuskindes mitwirken geradezu. Sie waren ja vor noch nicht allzu langer Zeit an der Eröffnung. Sie hielten, glaube ich, die Eröffnungsrede am Buchfestival von Odessa. Ja. Wie ist die Stimmung jetzt da? Das ist nicht so leicht zu sagen in einem Satz. Man spürt, dass dieses Land nicht im Zustand, also sagen wir so, Odessa gehört zur Ukraine, obwohl eigentlich gar nicht so viele Leute ukrainisch sprechen in Odessa. Odessa war immer ein Melting Pot von verschiedenen Nationalitäten, von verschiedenen Ethnien, von verschiedenen Sprachen. Aber man spürt, dass dieses Land nicht im Zustand der Selbstverständlichkeit ist, sondern es ist im Zustand des Krieges mit Russland. Mit anderen Worten, also zwei Sachen, der Import russischer Bücher in die Ukraine ist verboten. Das ist eine Kriegsmassnahme und ich halte das für sehr unproduktiv. Also Kultur soll Brücken schaffen. Das ist eine Funktion der Kultur. Kultur ist das Gegenteil von Krieg. Und man sieht dann auch, es ist kein einziger russischer Autor eingeladen, sondern es sind nur ukrainische Autoren eingeladen. Auch solche, die auf Russisch schreiben, das schon. Also Andrei Kurkow zum Beispiel, ein wunderbarer Autor, der einerseits fantastische Geschichten schreibt, aber andererseits auch jetzt mit seinen Grauen Bienen einen Roman geschrieben hat, in dem er diesen Konflikt in der Ostukraine thematisiert. Eine Grauzone zwischen den beiden Fronten und darin ein Imker, der nur an seinen Bienen interessiert ist. Vielleicht zum Stichwort die Brücke, die die Kultur schlagen muss zwischen den Kulturen. Sie schlagen natürlich auch noch andere Brücken oder bauen auch andere Brücken, nämlich zwischen den Generationen. Sie sind sowohl in Kindergärten und Schulen am Lesen wie auch im Altersheim. Sie sind unglaublich berühmt und bekannt. Haben Sie eigentlich manchmal Angst, dass diese Nachfrage nachlässt? Nein, nein. Ich habe ja gar nicht mehr so viel Lebenszeit vor mir. Das kann ruhig auch ein bisschen nachlassen. Da muss ich nicht mehr so viel gehen. Und bei so vielen Geschichten und Themen, die Sie bereits verarbeitet haben, gibt es da ein Thema oder eine Geschichte, die Sie sagen, die möchte ich unbedingt noch schreiben? Ja, es gibt immer ein nächstes Projekt. Bis jetzt gab es immer ein nächstes Projekt. Und das gibt es auch jetzt noch, aber ich werde Ihnen nicht erzählen, was es ist. Dann sind wir einfach gespannt, was da noch kommt. Ja, ja. Wir sind kurz vor Weihnachten. Feiern Sie eigentlich Weihnachten? Ja, ja, ja. Wir feiern Weihnachten. Und wie feiern Sie? Ganz konventionell, ja. Ein Familienfest und ein Christbaum. Und ich lese die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Die Weihnachtslegende, muss man sagen. Und wir singen zwei, drei Lieder. Und letztlich ist für mich, sagen wir jetzt eben, um wieder auf die Religion zu sprechen, zu kommen, es ist nicht wichtig für mich, ob Jesus, ob dieses Kindlein Gottes Sohn war oder nicht. Ich finde, jedes neugeborene Kind ist Gottes Sohn. Und jedes neugeborene Kind ist eine Hoffnung. Sie sind ja auch Grossvater. Sie haben, glaube ich, zwei Enkelkinder. Ja, grosse Freude, ja. Verbringen Sie viel Zeit mit diesen Enkelkindern? Bitte? Verbringen Sie viel Zeit mit Ihnen? Ich hoffe genügend, ja. Also, es gibt so feste Hütetage oder Programme, Enkelin dort und dorthin bringen. Oder dann Konstitutionsbesuch. Und das teilen dann meine Frau und ich auf. Also, meine Frau hat die Regie dort. Aber ich achte immer darauf, dass ich so viel wie möglich dabei bin und dass ich so viel wie möglich in Kontakt bin mit der Enkelin. Und der Kleinere, der ist noch etwas sehr klein, aber der kommt nun auch schon ins Plauderalter und kennt mich schon. Sie haben eben Ihre Frau erwähnt. Sie haben, glaube ich, vor noch nicht allzu langer Zeit Ihren 50-jährigen Hochzeitstag feiern können. Wenn man von aussen Ihre Karriere, Ihre Familie betrachtet, dann hat man das Gefühl, das ist ein komplett gelungenes Leben. Sehen Sie das selbst auch so? Es ist schwierig zu sagen. Es ist ja nicht so, dass Sie sagen von aussen nicht. Aber es gab durchaus die berühmten Ups und Downs in diesem Leben. Von der Arbeit her, von der Beziehung her. Aber es gab immer auch den Wunsch, dran zu bleiben und aus diesem Leben etwas zu machen, auf das man mit Freude zurückblicken kann. Ich habe ja mit 22 die Universität verlassen, was wurde damals von meiner Umgebung als mutig bis kühn taxiert. Auch meine Eltern hatten keine Freude daran. Die hätten lieber einen Doktor oder einen Sohn mit Abschluss gehabt. Ich war auch kein schlechter Student, aber ich habe das dann einfach gemacht. Und ich habe gesagt, jetzt versuche ich mal, ob das möglich ist, von und mit meinen Ideen zu leben. Ich bin ein Jahr von der Uni weg. Und dieses Jahr dauert heute noch an. Und ich konnte von und mit meinen Ideen leben. Und das erfüllt mich mit Freude. Und das muss man sagen, der Wunsch Ihrer Eltern ist ja dann trotzdem noch in Erfüllung gegangen. Den Doktortitel, den haben Sie dann noch bekommen. Ja, ich habe einen Ehrendoktor der Universität Freiburg bekommen. Und mein Vater hat das sogar noch erlebt. Und zwar für meine sprachliche Arbeit. Und das habe ich dann auch erwähnt in meiner Ansprache, dass ich jetzt eigentlich auf eine andere Weise zum Abschluss meines Studiums gekommen bin. Auf dem Papier. Franz Hohle, wir sind bereits am Ende des Gesprächs. Und ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Vielen Dank. Ich danke für die Einladung. Bereits nächsten Mittwoch, am Weihnachtstag, erwartet Sie die nächste Sternstunde. Um 9.25 Uhr zeigen wir Ihnen den Doc-Film Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Dieses eindrückliche Filmdokument von Wim Wenders empfehle ich Ihnen sehr. Hier geht es jetzt weiter mit einem Film über das monumentale Bauwerk des Mont Saint-Michel in der Normandie. Bleiben Sie dran und einen schönen 4. Advent. Verbrechen Sie. Ihr könntest es sich über die Welt Ihr könntest es, würde ich mit mir sehen, dass du hier eine große Herausforderungen möchtest. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.